So, hi, hallo, da bin ich wieder, ja, wir machen direkt weiter, ja, Leung Ting ist legit, aber nicht Yip Mahns letzter Closed-Door-Schüler. Wir beginnen mal da, wo Leung Ting sein Wing Chun-Training angefangen hat, mit 13 Jahren, ja, 1960, in der Schule von Leung Scheueng, der der erste Student von Yip Mahn überhaupt in Hongkong war, ne, seit der Zeit 1949, 50. So, Leung Ting hat sein Training da dann für die nächsten sechs, sieben Jahre durchgezogen, sodass die Leute auch gesagt haben, so, der macht sich langsam, der ist ein bisschen komisch, so ein bisschen nerd, aber langsam kommt da was. So, zwischenzeitlich und unabhängig davon hat dann Yip Mahn, ne, ein bisschen dräng seiner Schüler, die Fing Chun Athletic Association, die VTAA, gegründet, ne, so, und bei der Eröffnung waren alle da, die Rang und Namen hatten, ne, alle seine Meisterschüler, die hatten ihre Schüler dabei und alle haben sich selbst gefeiert, so, ne, so, aber nach der Party sind dann auch die ganzen Meisterschüler wieder zurück in ihre eigenen Schulen, ne, und da haben sich um ihr eigenes Business gekümmert, das heißt, die haben aufgeräumt am anderen, so, und der Trainingsbetrieb, den konnten ja auch nicht die Meister machen, sodass die dann im Verbund so ein paar fortgeschrittene Schüler von sich dann da hingeschickt haben, die dann da den Trainingsbetrieb aufrechterhalten haben, ne, das war auch so die Zeit, wo Yip Ching und Yip Chung, wie die Prinzen da rumgelaufen sind, nicht mittrainiert haben, aber immer so, wir wissen was, was ihr nicht wisst, ihr, ne, unser Daddy sagt uns alles von euch nicht, ja, so, ne, so, und dann hat er im Laufe der Jahre auch Leung Chung zu Leung Ting gesagt, so, guck mal Ting, gehen wir da hin, so, ne, da ist der da, der da, der da, sprich dich mit denen ab, so, ne, und dann guckt, dass ihr den Unterricht irgendwie besetzt, ne. 1968 ist Leung Ting dann auf das Baptist College gegangen, ne, Studium, Uni-Zeit, und da war der Nerd Leung Ting endlich unter seinesgleichen, hat sich ein paar Studenten zusammengesucht, so hat er mit dem Wing Chun Training angefangen, ne, hat dann auch später eine Mädchenklasse gemacht, ne, so ist dann auf der Uni mit, mit, mit Studienplanungen, mit Lernstrukturen und Sportwissenschaften, so, in Kontakt gekommen, so, ne, und er konnte sich da völlig ausleben, so, und jetzt, das ist ganz, ganz wichtig, der war isoliert von dem Rest der Wing Chun Community, die er so aus der Arbeiterklasse kam, Leute aus dem Leben, ne, so, da gab's wenige, die mit Leung Ting, so was hätten anfangen können, ne, so, die einzige Bridge, die es da gab, war die zu, äh, Zui Shang Tin, Shu Song Tin, ja, so, der, der eigentlich erste Bücherwurm in, äh, Hongkonger Wing Chun Geschichte war, so, äh, und, äh, dass Leung Ting sich mit dem verstanden hat, das ist mir klar. Inzwischen, und unabhängig davon, ne, hat sich die Mahns Gesundheitszustand stark verschlechtert, ne, Der war schwer krank, hatte Krebs und hat sich dann auch langsam, langsam aus der Öffentlichkeit, so vom öffentlichen Unterrichten und so zurückgezogen. Der hat keinen Bock auf Leute gehabt, der wollte seine Ruhe haben. Dem ging es schlecht. Der hatte dann auch noch einen längeren Krankenhausaufenthalt, aus dem er aber recht erholt zurückgekehrt ist, so dass er mit 78 noch seine Wing Chun Studien, sein Wing Chun Training aufrechterhalten konnte. Der musste sich zwar ein bisschen anpassen, so wie es das Wing Chun System auch erlaubt, einfach weil er viel Muskulatur über die Zeit verloren hat und gar nicht die körperliche Verfassung hatte, wie noch 15 Jahre davor, so dass er sich dann da mit neuen Paradigmen auseinandergesetzt hat. Mehr Fokus, mehr Konzentration auf die Yao-Kraft, auf die weiche Kraft, auf die weiche peitschende Kraft, mehr Fokus auf Nachgeben und Passivität, einfach weil er körperlich gar nicht anders konnte. So auch in dieser Zeit hat er sich dann mit wenig Leuten umgeben, zum Beispiel Leung Scheueng, mit dem er dann zusammen trainiert hat. Und die brauchten einen Punching Ball für ihre Wing Chun Studien da. Warum die einen brauchten, das habe ich im vorletzten Video erklärt, von Dr. Leung Jan über Jibman bis zu Leung Ting. Und warum die Wahl dann auf Leung Ting gefallen ist, das erkläre ich euch jetzt. Interessant. Sehr interessant. Wenn man sich mit neuen Paradigmen auseinandersetzt, dann bleibt es ja nicht aus, dass alte Paradigmen, denen man bisher gefolgt ist, hinfällig werden. So, die man vielleicht aber in der Wing Chun Community so gelehrt hat. So, das war mir, Jibman, scheißegal wahrscheinlich, was die Community davon denkt. Aber Leung Scheueng eher nicht so. Also, der konnte zwar den Paradigmen so folgen, aber vielleicht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also, ihr dürft ihr jetzt nicht vergessen. Jibman, 78-jähriger Mann, Krebskrank, verstehst du? So dünn, voll auf Opium, voll im Film. Der hat sich dem Weichheitsfilm nochmal ganz anders gefahren. So, da ist Leung Scheueng auf Nummer sicher gegangen. Also, denen war ja klar, egal wen sie da als Punching Ball hinholen, die produzieren einen Mitwisser. Der wird sehen, was da geübt wird. Der wird hören, was gesprochen wird. Und der wird am eigenen Leib erfahren, was da gemacht wird. Also, bleibt ja nichts anderes übrig, außer eine clevere Auswahl zu treffen. So, da wird sich die Leute schon gedacht haben, am besten nehme ich jemanden, den ich schon ein paar Jahre kenne, sagen wir mal so acht Jahre, der schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dem ich ein bisschen vertraue. So, und der vielleicht ein bisschen isoliert ist von dem Rest der Wing Chun Community, einfach weil er in anderen Kreisen verkehrt wird, und der ein bisschen isoliert ist, kann er ja kein Wissen darüber transportieren. So, und dadurch gibt es dann keine Tuschelei, keine Gerüchteküche, keine Politik, keine Erklärungsnotstand. So, habt ihr jetzt schon eine Idee, wer da leben könnte? Ja, richtig, war Loeng Ting. Der war isoliert, ne? Also, selbst wenn der Wissen weitergegeben hätte, an wen denn? An die Studenten-Nerds, an die Mädchen von der Uni? Ja, also die Wahrscheinlichkeit war sehr gering, dass die irgendeinem etablierten Meister so über den Weg laufen. Und selbst wenn, was hätten denn so etablierte Babos wie Wong Shun Loeng, irgendwelchen Nerds oder Mädchen zugehört, wenn die irgendwas von der Weichheit, von der Passivität, von der Yao-Kraft, von dem Wing Chun gesprochen hätten, da hättet ihr gefragt, wo trainiert ihr? Na, bei Loeng Ting. Bei Loeng Ting? Wer ist das denn? Ja, der macht Training an der Uni. Wie viele Rooftop-Fights hat denn der gemacht? Rooftop-Fights? Siehste, als Klauer, ihr seid ihr euch, ich hab zu tun hier, ne? Also, das hätte ich auch gar keiner ernst genommen. Und somit war das Wissen eigentlich relativ sicher. So, aber nicht aus Geheimhaltungsgründen, ne? Loeng Shun Loeng hat einfach dafür gesorgt, dass egal, was da passiert, das hat nicht weiter getratscht wird, so, ne? Also, der hat dafür gesorgt, dass die Mann auf seine letzten Trainingstage noch Spaß hat, ja, und sich da einen Opium-Film fahren kann. Craig! Hold up. I can hear my heart beat. Ne, das hat Loeng Ting, aber alles für bare Münze und brutal ernst genommen hat, ja? So, das Potenzial darin erkannt hat und das mitgenommen hat und im Endeffekt mehr daraus gemacht hat, so, ne? Dazu kommen wir wie jetzt. Nein, doch! So, das haben die auch eine ganze Weile so gemacht, ein halbes, dreiviertel Jahr, ne? Bis der Gesundheitszustand von die Mann einfach gar kein Training mehr zugelassen hat, ne? Ist von Loeng Ting raus, hat sich um seine eigenen Trainingsaktivitäten gekümmert, 1969 hier oben auf dem Dach hier mit den Nerds hier mit den Brillen auf und so, ne? So, und war sich aber vollkommen des Potenzials bewusst von den Paradigmen, von den Inhalten, die er da aus der Zeit von Diebmann mitgenommen hat. Also, der wusste, das kann die ganze Sache hier revolutionieren, ne? So, das hat er dann den Strukturen unterworfen, die er von der Uni kannte, ne? Studienplanung, Lern- und Lehrstrukturen, Sportwissenschaften und hat dann ein Programm zusammengestellt, was eigentlich sicherstellen sollte, dass jeder von seinen Schülern auch wirklich alles lernt, ne? Hat Hierarchien eingeführt, Abschlüsse, ne? So wie auch an der Uni, Bachelor, Master, gab es dann bei ihm Technician und Practician, ja, was dann, der Practician war der eigentliche Meister dann, ne? So, und hat damit die Pläne für ein Wing Chun UFO entworfen. Sehr, sehr interessant. Im Dezember 1972 ist Meister Yip Man dann leider verstorben. Und dann hat Dong Ting 1973 seinen Verband gegründet, hat dann 1975 sich das I für International davor gesetzt, wahrscheinlich, damit es auf dem Siebenkarte besser aussieht, so, ne? Und hat sich auf die Suche gemacht nach Partnern, ja, mit denen er zusammen dieses Wing Chun UFO bauen könnte, ja? So, und was liegt da näher, als sich wirklich mit den verrücktesten Wissenschaftlern, ja, mit den penibelsten, akkuratesten, diszipliniertesten Ingenieursfreaks dieser Welt einzulassen, ja? Den Deutschen. Und so ist dann 1975 der Kontakt zwischen Kernspech und Leung Ting entstanden. In 1976 ist Leung Ting dann nach Deutschland geflogen, so, und dann saß der ja alleine an einem Tisch. Und da wird Leung Ting seine Pläne für das Wing Chun UFO ausgebreitet haben und wird dann gefragt haben, so, meine Herren, können wir das bauen? Können wir das vermarkten? Wobei, bei solchen Verhandlungen, da kann Leung Ting denen nicht kommen, mit so, ich war der Punching Boy von Jippmanns letzte Lebensphase und die innovative Technology und die ganzen Paradigmen, die ich mitgebracht habe, sind das Ergebnis von Jippmanns Opiumrausch, so, ne? Also, da musste der dann einfach die Wahrheit ein bisschen verbiegen, um die Leute zu überzeugen. Und hat dann gesagt, ne, ich war der letzte Closed-Door Student, so, und das ganze Ding heißt Altersstil, so, ne? So, die Deutschen haben das geschluckt, ne? Und dann fiel das Weiterlügen dem Leung Ting ja nicht schwer, weil es ja schon mal funktioniert hat, so, ne? So, und er hat sich dann Klops erlaubt, mit der Presse im selben Jahr, ne? Wo er dann von Altersstil gesprochen hat, so, von letzter Lebensphase jebmannen, so, dass die dann gesagt haben, so, wie letzter Update? Heißt das jetzt, du bist der Führer des gesamten Wing Chun-Stils, oder was? Bumm! Und haben das auch so in der Presse rausgehauen, Schlagzeile. Skandal war da, alle alteingesessenen Meister sind auf die Barrikaden gegangen, haben gesagt, Leung Ting, der kann ja auch nicht, der kann ja auch nicht die auch nicht, ja, ne? So, da hat Leung Ting dann Dementi rausgehauen, so, und der Baba Wonshu Leung hat das Schlusswort gesprochen und hat gesagt, es gibt keinen Führer für den gesamten Wing Chun-Stil. So, Leung Ting war das im Endeffekt sowieso alles scheiße geil, weil der den Deal mit den Deutschen im Sack hatte. So, jetzt ist er also aufgeklärt, dass Leung Ting nicht der letzte Closed-Door-Schüler von Jibmann war und dass die ganzen Flunkereien und Schönheitskorrekturen im Lebenslauf leider notwendig waren, weil sonst dem Clint Ting Jokiner zugehört hätte. Den hat Jokiner ernst genommen. Der wäre einer von vielen geblieben und wahrscheinlich in der Masse untergegangen. Warum ist der jetzt trotz der ganzen Lügerei legit? Ganz einfach, weil der alles richtig gemacht hat, schon bei der Wahl seines Lehrers, Leung Chun, auf den ja die ersten offiziellen Ansätze der Darstellung des Wing Chun als System zurückgehen. Daran hat Leung Ting dann angeknüpft, hatte dann auch noch seine Zeit mit Leung Chun, bei Jibmann, zwar als Punching Bull und nicht als Schüler, aber dazu ist folgendes zu sagen. Wenn du als fortgeschrittener Physiker ein halbes, dreiviertel Jahr mit Nikola Tesla und Albert Einstein rumhängst, dann ist es ja nicht so, dass du nichts lernst, weil die dich nicht unterrichten, sondern du hast Gelegenheit zu sehen und zu erkennen und deine Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist bei Freimaurer Logen ähnlich. Die unterrichten nicht ihre Leute, sondern geben denen Gelegenheit zu sehen und zu erkennen. Wer dann nicht sehen und nicht erkennen kann, der hat einfach nicht das intellektuelle Potenzial und es ist dann fehl am Platz. Leung Ting hat die sehen, hat erkannt, hat die schlussfolgert, hat all seine Erfahrungen aus den bis dahin letzten zwölf Jahren genommen, hat die geordnet, hat die systematisch zusammengesetzt, hat die einer Lehrstruktur unterworfen. So und die zukünftigen Erfolge mit den Deutschen haben ihm Recht gegeben. Und damit kommen wir dann zu Kernspecht und der EWTO, aber dazu mehr im nächsten Video.